... ... ... ... ... ... ... die in der 2.1 Fahrt noch mal neu eingelegt werden und so immer ein bisschen sofort im Fahrt zu erreichen, während die soziale Zeichnung sind. Jetzt können wir das Reden, was wir schon krass anstellen wollten, nämlich die Kabin-Position, weil da sind wir jetzt gerade beim Beladen und da ist diese Kabin-Position, die dieser Jünger abzunehmen, diese mittelschein und auch nicht den sofort haben. Genau, da haben wir die erhöhte Kabin-Position und eben so Gebärter mit der Fahrer die Verbindung... ... ... Applaus Applaus